Sind Sie Unternehmer und haben erkannt, dass Sie mit Ihrem Business am Online-Marketing nicht mehr vorbeikommen? Dann sind Sie nicht allein. Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihnen mit unseren Tools dabei helfen, in kürzester Zeit mehr Interessenten online für Ihr Geschäft und somit auch mehr Umsatz zu generieren. Und das beweisen wir Ihnen in den nächsten Minuten. Mit unserem Vier-Phasen-Invasionsplan, der Ihnen Tools für quasi jede einzelne aktuell verfügbare Marketingstrategie bereitstellt, damit auch Sie online schnellstmöglich sichtbare Ergebnisse erzielen. Invasionsphase 1. Sie branden sich selbst. Immer und überall. Denn der Erfolg eines Unternehmens ist immer von den Menschen abhängig, die dahinter stehen. Vor allem online müssen Sie damit anfangen, sich selbst zu branden. Das heißt, sich Ihre eigene Marke zu bilden. Invasionsphase 2. Die wichtigste Zutat in Ihrem Geschäft sind Menschen. Menschen folgen aber nur Menschen, wenn Sie ihnen vertrauen können. Daher ist das sogenannte Follow-up elementar für Ihren Online-Erfolg. Invasionsphase 3. Mit unserer Technologie haben Sie ein europaweit einzigartiges Funnel-System an der Hand, um Ihre Interessenten in Kunden zu verwandeln. Invasionsphase 4. Der Königsweg unter den Online-Tools sind Webinare. Mit Online-Präsentationen positionieren Sie sich sofort als Experte. Dies ist die schnellste Methode, um Online-Autorität und Vertrauen zu gewinnen. Und mit unserer Lead-Invasion-Plattform werden Sie in der Oberliga des Online-Marketings mitspielen. Drag-and-Drop-Landing-Pages. Bauen Sie Ihre eigene Landingpage in unter drei Minuten. 500 vor-designte Landingpages, die Ihren potenziellen Kunden sofort ins Auge stechen. Intuitive Benutzeroberfläche, frei editierbar und ausgestattet mit den neuesten Features, wie zum Beispiel Action-Bar, Pop-up-Ausgang, ausführliches geobasiertes Tracking und vieles mehr. Wenn Sie sich von einer Agentur eine solche Landingpage erstellen lassen, zahlen Sie häufig bis zu mehrere tausend Euro. Funnel-Shock-System. Kombinieren Sie Ihre erstellten Pages strategisch mit ansprechenden Funnels, um Ihre potenziellen Kunden zu führen. Zusätzlich können Sie ein Partnerprogramm für Ihr Produkt erstellen, damit Ihre Vertriebspartner sofort mit dem Verkauf beginnen. Solche Systeme können bis zu 1000 Euro pro Monat kosten. Integrierte Autoresponder, um das Nachfassen Ihrer neu gewonnenen Kontakte zu automatisieren. Kostenlos bis 5000 Kontakte. Mit wenigen Klicks wählen Sie aus über 100 vorgefertigten professionellen Opt-in-Formularen oder erstellen Sie Ihr Kontaktformular ganz individuell. Marküblich kostet ein Autoresponder bis zu 50 Euro monatlich. Wir geben Ihnen Zugang zu unserer hochmodernen professionellen Webinarplattform. Vergleichbare Anbieter berechnen Ihnen bis zu 200 Euro pro Monat. Wie Sie sehen, kann Sie ein vollumfängliches Arsenal an Online-Marketing-Tools bis zu 5000 Euro monatlich kosten. Aus unserer Sicht verdient es jeder Unternehmer in seinem Geschäft erfolgreich zu sein. Und daher wollen wir es nicht nur den Top-Unternehmern ermöglichen, sich mit diesen Tools, Technologien und Strategien auszurüsten. Das ist der Grund, warum wir die Lead Invasion Smart Community nicht für 5000 Euro monatlich berechnen. Wir werden Ihnen auch nicht 2000 berechnen. Sie müssen nicht mal 200 bezahlen. Wie wäre es mit weniger als 50 Euro? Das komplette Lead Invasion Smart Community System erhalten Sie für nur 49 Euro im Monat. Wir legen sogar noch einen drauf. Sie erhalten Zugriff auf weitere 10 Tools, wie zum Beispiel Creator für Online-Banner, Infografiken, YouTube-Kanäle, E-Book-Covers, Facebook-Fanpage, Bildbearbeitung und viele mehr. Denken Sie darüber nach. Online-Marketing wird immer schnelllebiger. Seien Sie mit Lead Invasion immer einen Schritt voraus. Willkommen in der nächsten Welle des Online-Marketings. Machen Sie sich bereit und seien Sie dabei. Holen Sie sich jetzt Ihren Zugang zur Lead Invasion Smart Community. Das ist wisst! Tür Hasel Behandel